Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tip am Montag hier im Recording-Blog und heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes quick, also schnell mal zum Thema, denn ich bin bei den Bassaufnahmen, ich gucke hier gerade rüber, das steht ja gerade, bei den Bassaufnahmen für meine Herausforderungen, ein Mikro, ein Song, bin ich über das Problem gestolpert, dass ich den Bass gerne auf zwei verschiedenen Kanälen aufzeichnen möchte, nämlich einmal hier direkt über den Verstärker und einmal direkt ins Interface rein. Jetzt ist es ja so, wenn ich dann wirklich ein gutes Signal haben möchte und vor allem eins, was ich dann auch hintermischen kann, dann sollte ich im Idealfall das gleiche Signal auf beiden Kanälen drauf haben, sonst könnte ich das ja auch zweimal einspielen, einmal über Verstärker und einmal über das Interface, aber das wollte ich nicht, also was machen, wenn man aus einem Bass zwei machen möchte, aber zweimal den gleichen. Dafür gibt es die Produktkategorie der Splitter, also Split heißt ja auftrennen, wenn man es übersetzt und das hier ist mal so ein Splitter, der P-Split von Lele, eine kleine Box, in die du quasi den Bass oder eine Gitarre zum Beispiel reinsteckst hier und wurde dann trafosymmetriert, also hier durch magnetische Induktion, ich frage mich nicht genau, wie es genau funktioniert, ich weiß nur, dass hier auf jeden Fall zwei gleiche Signale dann wieder rauskommen, das Ganze ohne Strom, ohne Magie, ohne alles, sondern einfach nur, indem du das hier reinsteckst und dann wird das auf zwei Signale aufgeteilt und dann kannst du den einen hier quasi auf den Verstärker schicken und den zweiten direkt ins Interface rein und wenn ich den Bass mal nehme, dann wirst du sehen, dass die beiden LEDs beim Interface auch hier dann angehen. Also hier sind die beiden LEDs, der eine ist hier für den direkten Input und der andere ist quasi für das Mikrofon und wenn ich hier mal den Bass anspiele, sind beide LEDs direkt angegangen, das heißt das Signal kommt auf beiden Kanälen an und ich kann dann damit schön weiterarbeiten. Tolles Ding, wenn man vor allem mit Instrumenten arbeitet, aber das Ganze geht natürlich auch zum Beispiel für Mikrofone, da habe ich hier diese Radialbox Pro MS2 und die ist auch sehr cool, da kann man nämlich hier ein Mikrofon reinstecken, kann das hier direkt durchschicken auf einen Preamp zum Beispiel, der dann auch die Phantomspeisung zum Beispiel für das Mikrofon liefert und gleichzeitig kann man aber hier zwei gleiche Signale nochmal abgreifen und vielleicht auf andere Vorverstärker zum Beispiel schicken, auf andere Kanäle oder vielleicht auf einen Kopfhörerverstärker, den du hier parallel nochmal anschließen möchtest, weil du vielleicht einen eigenen Mix nochmal machen möchtest beim Aufnehmen oder, oder, oder. Mit diesen Splittern gibt es also eine ganze Menge Anwendungsszenarien, wo man die einsetzen kann und vielleicht hast du ja auch schon einen kreativen Anwendungsfall, wo du einen Splitter einsetzt und vielleicht schreibst du es mir einfach mal unten in die Kommentare, denn ich bin sehr gespannt, ich weiß wofür ich meine Splitter einsetze, aber vielleicht habe ich noch irgendeinen Anwendungsfall übersehen, wo ich vielleicht gar nicht drauf gekommen bin und wo ich das auch einsetzen kann. Also schreib es gerne unten in die Kommentare für uns alle rein und wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann zeig es mir doch über den Daumen nach oben, wenn es dir nicht gefallen haben sollte, dann behalt es einfach für dich und klick hier auf das nächste Video und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach es gut und Yassu!